jetzt kein stick mehr frei okay erst mal runter und dann geht es gleich weiter so ich fange mit den schatz mal hier so ihr kommt daran er kommt da rein du kommst da rein was haben wir noch so für farben und haben wir gar keine mehr mitgekriegt nein haben wir nicht da brauchen wir noch kohle warum den geladenen ich weiß nicht ob wir für kohle so ein ding nehmen sollten oder tatsächlich einen davon weil da können wir können wir auch nur acht stacks rein machen aber wir können dann kohle sage ich mal da lagern und da lagern dann aber gleich 16 stacks kohle weil kohle wenn wir wahrscheinlich sehr viel haben ich glaube so werde ich es tun so werde ich es tun dann machen wir mal hin 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 hier machen wir hin hin verstehst du hin hin und dann sind wir auch schon wieder voll mit diesen teilen wir müssen neue compacting drawer bauen in der tat können den rest schon mal nicht einsortieren weil wir neue brauchen das heißt wir werden das auch gleich tun two in two in compacting drawer dann brauchen wir stein und koppel und ich sehe im moment kein koppel hier haben wir koppel und dann müssen wir noch ein bisschen koppel brennen aber glatten stein brauchen so wenn wir mal 32 stück nach was wir wollen alle das eisen kann raus darum brennen war weiterhin eisen und dieses eisen nein das machen wir nicht weg brauchen wir ja gleich zum kraften haben wir jetzt schon das ganze redstone unten eingelagert jane okay dann müssen wir uns gerade mal redstone holen okay nicht alles muss eins drin bleiben so okay dann gucken wir mal dass wir wir hinkriegen erst mal die pisten brauchen wieder pistens pistens broma gut also die mit eisen die maschinen haben die maschinen angehalten ja ich weiß auch warum weil wir hallo weil wir keine power mehr haben haben wir noch ein bisschen kohle auf tasche da gut also dann müssen wir den generator anschmeißen zehn kohle rein sie zu dass die karren wieder an gang kommen ne so okay nichtsdestotrotz wir brauchen glatten stein für die ähm cobble stone rum okay cobble stone haben wir da redstone anwesend holz haben wir nicht so viel reicht erst mal für vier dann müssen wir irgendwo holz 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 euro polежib haben wir noch birkenholz arbeit soll es in dem wirken holz es räumt sich aber soll es bin im wirken und 16 stück ich glaube 16 stück reicht erst mal vielleicht vielleicht reicht das ja erst mal okay dann bauen wir jetzt das teilt mit clean stone also ein bisschen so ein bisschen so wir haben nur sechs davon aber auch dacht davon gleich noch neue hier ist noch ein bisschen stone sogar es reicht für einen wir brauchen noch stone clean stone ist jetzt ein bisschen mit crafting folge aber wir brauchen das lager dringend dringend wird das lager benötigt weil wir irgendwann hier untergehen mit diesem ganzen ganzen gefummeln hier 6 wir können noch zwei bauen dafür brauchen aber noch sieben steine sieben steine bitte sieben steine noch einen und noch einen bitte 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 danke ich baue mir erst mal neu ein kriegen wir ja schon hin wenn man droht hätten wenn man droht hätten würden man hinkriegen ok wie geht es an drohen welchen hatten wir aber welchen hat wir den gebaut den hier zwei truhen und der rest ist einfach nur holz geklöppelt ok das soll mal machbar sein truhe hatten wir noch eine im inventar sogar hier ein bisschen hallo hallo bisschen holz das ergibt noch eine truhe dann auch noch genau fünf so gut ja ist so gut so gut dass wir fünf haben ne gut dass wir mehr brauchen wir brauchen zwei davon ne fällt mir darauf ach da gibt ach da kommen zwei raus sehr gut kraftet sich ja gleich zwei das ist ja vom allerfeinsten jetzt bauen wir das mal wieder auf hier so irgendwo war ein so das kommt da eine müde 1212 rest nach oben und dann haben wir hier noch welche und das eisen ist schön fleißig am durchbrennen und da sind sie 12 so und jetzt können wir die acht stück auch noch aufbauen wird wahrscheinlich auch nicht ganz weit reichen 1234 nicht da rein hallo hallo aufgepasst kommen jetzt zu papi so vier stück ich habe noch zwei über müssen das regal dann wohl erweitern das heißt das heißt die kloppen war ab holz so dann müssen wir später noch welche bauen dass wir das zu kriegen aber erst mal können wir jetzt hier ein bisschen was wieder was ist mit dem zertus quads macht das sind die da rein zu machen nein macht es nicht also zertus quads kommt dann erst mal dahin und das war das jetzt das geladen ist ja das was das normale zertus quads machen wir dann auch dahin das haben wir nämlich hier reingemacht aber ich glaube das ist egal das gibt es zwar in blöcken aber ich glaube das ist egal oder ja dann haben wir wenigstens beisammen komm gib her so normales zertus quads und geladen ist schön das gut da war hier wieder ein frei und da war mal tritanium rein zack davon gibt es nämlich auch wieder ingots ähm der sagt quads machen da rein gibt es dann auch quads blöcke kann man ja erst mal so belassen eisen behalte ich erstmal was haben wir noch an rohstoffen haben wir jetzt erstmal nichts weiter dabei ich mache die tools mal oben in die ecke nee an rohstoffen haben wir jetzt erstmal nichts weiter dabei was hier rein könnte aber wo es keine nuggets von gibt es nee das gefällt mir nicht wo es keine nuggets von gibt das kommt da rein das kommt auch da rein so hier gibt es auch keine nuggets von so das kommt auch da irgendwo rein weil das sieht irgendwie so unvollständig aussieht dieses amber auch weiß jetzt nicht wie das mit der sortierung ist mal gucken aber ich glaube wenn wir uns daran gewöhnen hier das was hier wo ist wenn wir da öfter mit arbeiten dann werden wir damit schon klarkommen dann wissen wir nämlich dass da kohle ist und da ist redstone und welt eine stehst du so kann man hier du kommst da oben hin so würde man noch ja du kommst mal mit wo kommst dahin mehr haben wir nicht bei okay wir brauchen noch zwei normale die bauen wir uns auch gerade ist das denn birkenholz das ist oak also wo man ok-wood okay das heißt wir müssen uns eventuell noch einen baum holen ähm wo sind's denn da sind's ja cleanstown kleinst er noch mal auf tasche gepackt ähm kurz geguckt haben hier oak wood nein hier noch birke ich sehe hier kein oak, ich sehe hier kein oak, wir haben sogar noch planks hier, ja die reichen ja erstmal für ein oak draw, aber dann machen wir die truhen aus birkenholz, es soll kein oak wood verschwinden, so zwei truhen hergestellt, wo sind die oak wood planks, da sind die oak wood planks, so, okay die beiden bauen wir da unten gleich auf und nehmen jetzt, hier habe ich noch ingets gesehen, nehmen jetzt noch ein paar ingets mit, aluminium können wir mitnehmen, kupfer können wir mitnehmen, was ist das, cobblestone, clay machen wir später, das ist kein orge dünze, lead können wir mitnehmen, gold müssten wir glaube ich schon haben, glaube ich, obsidian, was ist das, netherrack, okay, ne, netherrack gehört glaube ich eher so zu, weiß ich nicht, gehört das zu steine oder gehört, ne, ich mache das mal zu steine, seared bricks, das sind ja auch, na komm, die seared bricks machen wir da hin, machen wir hier mit rein, was ist das, tiny lump of baron, okay, das machen wir auch hier hin, das machen wir auch in dieser regalwand, stone chart, kommt zu steine, ähm, was haben wir noch, mosssteine machen wir auch nicht hier hin, ähm, ja, warum arbeitet hier nix mehr, hallo, ihr sollt, ihr sollt brennen, sollt ihr, ein stack eisen behalten wir fürs bauen, das kommt da rein, gold müssten wir unten schon haben, und jetzt gehen wir mal wieder einsortieren, und es kommt, ja, gold haben wir da schon, so, was haben wir denn hier auf Hand, aluminium, da rein, sehr schön, was haben wir mit dem kupfer, da rein, äh, lead, da rein, ähm, jetzt bauen wir mal die noch auf, so, ein paar, ihn geht's hier runter, nee, eisen behalten wir mal gesagt, hier diese komischen, baron, charts, machen wir mal da rein, weiß ich, wofür die gut sind, ähm, so, obsidian, jetzt machen wir mal da rein, und dann, ach, hier gibt's gar keine obsidian, brocken, brocken, hätte ich fast gesagt, brocken, die gibt's halt nicht als Blöcke, dann ist das auch schon fast egal, ne, ja, nee, 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 die bleiben da nicht, gefällt mir nicht, die müssen da nicht rein, also machen wir da rein, und dann machen wir da drüber, ähm, obsidian da drüber, so, ne, was ist denn hier jetzt nach, es wird seared bricks, gucken wir uns das mal an, ne, nee, auf keinen Fall, seared bricks kommen dann halt da hin, da müssen wir noch oben mehr haben, ne, aber die können wir ja jetzt in die Truhe kloppen, okay, es nimmt Gestalt an, Freunde, was haben wir noch, sollen wir die Sortierung hier wegmachen, so, dann sehen wir auch mal was im Hellen, die Bricks können wir jetzt in die Truhe schaufeln, zack, äh, wir gehen einmal alles durch, zack, 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 nein, 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 was ist das, seared bricks in Klotzform, ja, ich glaube, die lagern wir auch ein, die lagern wir da oben drüber ein, also über die normalen Bricks lagern wir den Klotz gleich ein, äh, was haben wir hier, Moossteine, nein, 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 das wird alles nicht da verwendet, das Glas packen wir hier auch mal rein, weil ich das jetzt nicht gebrauchen kann, so, okay, was ist hier los, womit hier nicht gearbeitet, haben wir keinen Strom, weil, weil es regnet, okay, dann nochmal ein bisschen da rein, da, die Arbeit muss weitergehen, Freunde, zack, noch ein bisschen nachlegen, so, die kommen jetzt da rein, ähm, ja, ach so, wir müssen auch noch da hinten das Haus mal abreißen, ne, beziehungsweise auch die Thron mal leer rum, aber das können wir ja jetzt bald machen, wenn wir denn ein Lager haben, so, und die To-Do-Liste müssten wir eigentlich auch mal, wollen wir das gerade machen, ja, ne, wir daten die mal ab, ähm, okay, hallo, kommen wir mal bitte zu mir, hallo, 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 plupp, okay, Höhlentor haben wir abgehakt, löschen, Treppenhaus, mh, Treppenhaus ist noch nicht, Etage, Dach, Küche ist auch noch nicht fertig, Kellerzugang, Kellerzugang haben wir fertig, Lagersystem sind wir jetzt dabei, umziehen haben wir nicht, Hausbau, wäre noch lange nicht fertig, ich schreibe, ich schreibe einfach mal umziehen hier mal hin, umziehen schreibe ich mal da hin, und das Lagersystem schreibe ich da mal drunter, so, dann kann ich das nämlich hier weglöschen, und das so ein bisschen sortieren, das ist nämlich alles so durcheinander, so, dann schreiben wir nämlich hier hin, Etage bauen, beziehungsweise das Dach bauen, so, und dann schreiben wir hier drunter, das Treppenhaus fertig machen, Treppenhaus fertig machen, das beinhaltet nämlich, das war, wir müssen das Glas noch fertigstellen, das Geländer, also, das Geländer ist, also, die Barriere ist noch nicht komplett, in dem, also, in der Sandoptik, da müssen wir noch ein bisschen Sand herholen, ähm, ja, ja, irgendwie so, Lagersystem sind vorbei, Küche ist, komplett noch offen, dann können wir jetzt das löschen, das steht jetzt oben, das kann weg, das steht jetzt auch oben, ja, ich meine, den Schlafbereich müssen wir auch noch verändern, ein bisschen, mit, mit, mit Deko, und ein bisschen schön machen, ne, schreiben wir auch mal auf, auf die To-Do, Schlafbereich, so, ich glaube, das, so können wir das erstmal, lassen, okay, wir wollten eigentlich hier, Ohrs rausrupfen, nein, hier nicht, gut, wir nehmen einfach, glaube ich, irgendwie, einfach, nehmen einfach alles mit, achso, das, wollen wir das, jetzt generell auch, einlagern, weil, das kriegt man aus diesen, Compact Drawern, ja nicht raus, ne, da müssten wir das, wieder anders einsortieren, oh, ist das alles kompliziert, aber, wenn ich jetzt diesen, das, schmelze, habe ich doch wieder, ihn jetzt, ne, ja, ich glaube, ich lagere erstmal, das nicht extra ein, achso, ich bin schon wieder voll, komm, wir packen jetzt, was hier in den Rucksack, das war, das war mal ein bisschen, mehr mitnehmen können, brauchen wir nicht immer, hin und her löwen, so, okay, du kommst noch mit, und du kommst noch mit, dir kommt alle mit, alle, alle, alle kommt ihr mit, so, ab in den Rucksack, die nächsten Kandidaten, in der Perle, die gehört nicht zu den Ohrs, die mache ich nicht zu den Ohrs, nö, 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 Redstone Block, nehmen wir auch mit, wir nehmen erstmal alles, was geschmolzen ist, alles, was schon richtig geschmolzen ist, das sind Steine, das sind Holz und Gedönse, weil der ist hier, ein bisschen Kalotten, ein bisschen Kalamotten, und ein bisschen Webzeugtools, Gedönse, ja, wie auch immer, so, wir ziehen erstmal ab, Moment, wir können eigentlich, wir müssen eh alles schmelzen, wir können eigentlich, was weiß ich, was haben wir hier, Lithium, achso, wir haben aber kein Messerator, ich wollte hier eigentlich, was in den Ofen packen, aber wir haben kein Messerator, also, zumindest nicht da hinten, in der kleinen Buchse, der Messerator befindet sich nämlich, hier, gut, so, Eisen kann da rein, haben wir nämlich schon, Redstone kann da rein, haben wir auch schon, haben wir auch schon, äh, Elektris haben wir auch schon, Amba haben wir schon, das haben wir schon, das weiß ich nicht, die, ja, die haben wir einige von, ich weiß aber nicht, ob es genau diese sind, Kupfer müssten wir auch schon haben, so, mal gucken, was im Rucksack ist, Kohle müssen wir nämlich auch haben,